Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien. Die Party hat gerade erst angefangen. Die Party hat gerade erst angefangen. Der Analyst Stuart Thompson sagt am 21. Mai 2024, das ist das atemberaubendste GDX-Goldratio-Chart. Mainstream-Analysten und sogar einige Goldbugs sind verwirrt von der Goldaktienreelle, die einfach nicht aufhören will. Aber dieses Diagramm deutet darauf hin, dass diese Party gerade erst anfängt. Ja, der Analyst Stuart Thompson schreibt es, es ist one of the largest base patterns in the history of markets. Es ist also die größte oder längste Bodenbildungsprozess in der Geschichte der Märkte. Ja, da wissen Sie, warum das Goldaktien auf steigende Kurse, warum das so Schmerz hat. Wir hatten zwar eine, sag ich mal, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das sind die, was wir sogenannte Mini-Bullen-Märkte nennen, eben 2016 der Anstieg. Dann eben nochmal während der Corona-Krise da das Hoch, der Kopf und dann aktuell jetzt nochmal das Tief. Und das sollte jetzt nach seiner Meinung zu einer extremen Goldaktienreelle im Vergleich zu Gold führen, die uns eigentlich auf die Höhen von 2011 kriegt. Also das war eben das Hoch nach der Finanzkrise. Und das, weil, und das ist meiner Meinung, oder das ist einer der potenziell stärksten Goldaktienrallye aller Zeiten. Das setzt sich eben zusammen, es kommt eben zu diesem Riesenanstieg aufgrund dieser Schadformation. Und dann gleichzeitig sind wir so extrem zertrümmert von den Werten, insbesondere Junior-Goldaktien. Also da können Sie einen der stärksten Anstiege überhaupt erwarten, eben aufgrund dieses langen Bodenbildungsprozesses, was völlig unüblich ist. Vermutlich haben da auch höhere Mächte sozusagen ihre Hand mit im Spiel. Also das ist ganz extrem. Also das würde nach dieser Schad, nach diesen Schads bedeuten, wir haben das ganze Jahr 2024 jetzt Goldaktienrallye. Und das setzt sich weit ins Jahr 2025 vor, ist möglich. Natürlich kann das dann zum Beispiel vom Börseneinbruch unterbrochen worden sein. Aber vermutlich geht vielleicht dieser Börseneinbruch, kommt auch erst 2025 und nimmt dann die Goldaktien noch etwas mit runter. Und dann würde nochmal die absolute finale Rallye starten, Goldaktien. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Wir persönlich konzentrieren uns eigentlich auf den bevorstehenden Anstieg, weil der führt ja dazu, dass viele Pettigoldaktien dann 10, 20, 30, 40, 50, in einigen wenigen Fällen, vielleicht um es hundertfache, in dieser sehr starken Bewegung steigen. Also das ist meiner Meinung nach eine absolut interessante Situation. Diese roten Kreise sind eben absolute Tiefs. Und wir befanden uns, also diese blauen Kreise, da sehen Sie eben nochmal das Finanzkrisentief hier von 2009. Und wir liegen ja fast 50 Prozent unter der Finanzkrise. Die Depots gehen ja schon aus dem Faktor 5 bis 10 hoch. Wenn wir überhaupt auf dem Tief der Finanzkrise sind, das ist absolut extrem, die Unterbewertung. Und deswegen eben auch das Potenzial. So sieht es wie der Statist. Dem schließen wir uns an. Zumindest sagen wir eigentlich, dass eben diese enorme Eruption aufgrund dieser enormen Unterbewertung liegt vor uns. Meiner Meinung nach ist es wirklich schwer zu teilen, aber irgendwann ist sie da. Und man hat kaum genug Zeit, sich daran dann noch zu beteiligen und günstig bei den Kursen reinzukommen. Also bauen Sie weiter Ihr Depot auf und warten Sie auf diese Rallye. Und ein Verkaufspunkt ist dann vielleicht ein Teil gegen Ende des Jahres oder tatsächlich erst auch 2025. Das muss man sehen. Jedenfalls schadtechnisch sind wir sehr gut unterstützt hier, was Goldaktien betrifft. Wie gesagt, das ganze Schad, wenn man das noch nicht kennt, hier werden eben die Goldaktien mit Gold in Korrelation gegeben. Und es ist eben nicht nur so, für die, die das noch nicht kennen, Goldaktien und Gold wägen sich eben nicht gleich. Mal sind Goldaktien extremst unterbewertet zu Gold und mal extremst überbewertet. Man kann das vielleicht vergleichen. Einem ist ja auch nicht bewusst, dass der Maß mal nur 40 Millionen Kilometer an uns dran ist und dann mal 400 Millionen. Für uns ist das Maß. Und so ist es eben für die Beobachter dieser Verhältnisse ist das auch so. Und jetzt sind eben Goldaktien extremst zerschmettert. Und das wird sich, Sie sehen, dass anhand dieser Bewegung wird sich das in das andere Extrem verlagern. Und das kann oder hat in der Vergangenheit denn teilweise bis zu 100-Fachungen geführt. Deswegen ist die Chance so groß. Und ich würde nicht zögern, wenn wir aus dieser finalen Bodenbildungsformation dann endgültig ausbrechen, eine absolute Jahrhundertchance kommen. Das kommt in dieser Form auch nur einmal im Leben vor. Aus meiner Sicht. Ja, hier noch ein angehender polymetallischer Produzent aus Peru. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der nächste größte mittelgroße Produzent von Edelmetallen, Basismetallen in Peru zu werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner zu 100% unternehmenseigenen Anlage der Bergbau-Konzession El Metallurgista. Die Überprüfung historischer Daten hat ergeben, dass die Abraumkalten von Quiriloccia 460 Millionen Unzen Silber-Äquivalent erhalten. Verteilt auf Silber, Zink, Kupfer, Blei und Gold. Also Silber-Äquivalent fasst sozusagen alle Metalle zusammen. Und das wird dann, sage ich mal, als Äquivalent bezeichnen. Sie sehen hier die prozentuale Verteilung. Sie sehen, die haben von diesen Metallen sind insgesamt also 25% Silber, 12% Gold, dann Zink, 29% Blei und Kupfer 20%. Also wie gesagt, das ist polymetallisch, ist sozusagen ein Nebenprodukt, aber es ist eine gigantische Dimension. Und da gab es eben jetzt auch kürzlich grünes Licht von der Regierung, das da fortgefahren werden könnte. Also das könnte eine schöne Comeback-Story werden, jetzt im Rahmen des anlaufenden Edelmetall- und Rohstoff-Bullenmarktes. Das Ganze hat eine Marktkapitalisierung von circa 50 Millionen, eine riesige Menge an Metallen, die jetzt im Rahmen des Rohstoff-Booms gebraucht werden können. Und ja, ich denke einfach mal ein interessantes Unternehmen sich anzusehen. Klar, Peru, ganz Südamerika ist ein Thema. Aber trotzdem gibt es auch eben in Südamerika, insbesondere auch in Peru, viele effizient und profitabel produzierende Unternehmen oder explorierende Unternehmen. Also auf alle Fälle mal einen Blick wert. Wie immer an der Stelle natürlich keine Kaufempfehlung. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold muss jetzt nicht nur auf 2.500 oder 3.000 steigen, sondern es kann auch in einem Satz hochgehen auf 8.500 Dollar. Warum sagen wir das? Weil das während des letzten Gold-Bullenmarktes in den 1970er Jahren passiert ist. Nach der Korrektur stieg ein Gold in nur einem einzigen Jahr von 200 Dollar auf 850 Dollar. Das löste damals diese unglaubliche Gold-Aktien-Rallye aus. Hier stiegen eben Aktien um das 100-200-300-fache. Das heißt, aus 1.000 Dollar konnte man eine Viertelmillion ungefähr machen, teilweise. Und das nicht nur ein- oder zweimal, sondern eine ganze Reihe von Aktien haben diese Resultate geliefert. Das war eine absolut interessante Situation. Und ich hatte ja gerade gesagt, wir haben jetzt gerade den größten Wohnungsbildungsprozess der Geschichte hinter uns. Und ja, da sagt die Logik nur, dass es eigentlich das jetzt auf breiter Basis geben müssen. Nicht vorstellbar. Klar, muss erstmal der Realität standhalten. Aber die Verzehrungen an den Märkten sind derartig, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit kam, es eben zu diesen Ergebnissen. Und wir haben eigentlich mehr oder weniger dieselbe Situation, wenn nicht noch viel extremer heute aktuell. Also eine Jahrhundertchance in jedem Fall. Ja, im 1000-Bäcker-Report, wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren, Potenzialfaktor zu erzeichnen. Der setzt sich zusammen aus Gratis, Goldes, Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Marktkapitalisierung. Also um das wievielfache kann sich eine Aktie verdoppeln oder ver-x-fachen, wenn eben dieser Gold-Aktie-Move vorbei ist, sozusagen. Eine Abschätzung. Weitere Informationen zum Report finden Sie unten in der YouTube-Beschreibung. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema gefallen hat. Vielleicht auch ein Like drücken. Das würde den ganzen Algorithmus mit YouTube voranbringen. Nur vielen Dank und bis zum nächsten Mal.